Die Partnerhandwerker-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Schickholz in Rot an der Rot ist Ihr verlässlicher Partner für die Planung, Betreuung und Umsetzung von Neubauten bis hin zu denkmalgeschützten Objekten. Spezialisiert hat sich das Unternehmen von Christoph Schick auf Holzbau. Dank langjähriger Erfahrung und einem starken interdisziplinären Netzwerk bieten die Experten individuelle Lösungen an. Von der ersten Idee bis hin zur Umsetzung wird jedes Projekt, egal wie groß oder klein, mit der nötigen Sorgfalt und Präzision behandelt. Detaillösungen und Planungen im Massiv- und Stahlbau sind ebenfalls kein Problem. Darüber hinaus zählt die Unterstützung der Bauherren beim Kauf und Verkauf von Objekten zum Leistungsportfolio. Die Aufklärung komplexer Sachverhalte und die transparente Kommunikation überzeugen sowohl Gewerbe- und Privatkunden als auch Stadt- und Kommunalbetriebe seit 1996. Schickholz – empfohlen von der Partnerhandwerker-Redaktion.